UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Gut gemacht, Rocket. Danke. Ich meinte das ironisch. Oh nein, dann musst du das auch in dem ironischen Ton sagen. Jetzt steh ich doch wie ein Idiot. Das ist ja so albern. Yeah! Das Schicksal des Universums liegt in deinen Händen. Das sind meine Unterhosen. Wir werden alle sterben. Radiance of the Galaxy Vol. 2